Hallo und herzlich Willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und am anderen Ende der Leitung haben wir wieder Richard Dittrich von der Börse Stuttgart zu Gast zu einem längst überfälligen Thema, nämlich den ADRs. Ja, viele Leute, die sich zum Beispiel Aktien wie die Alibaba Group oder Samsung kaufen, die wissen vielleicht gar nicht, dass sie eigentlich sogenannte American Depository Receipts kaufen, die eigentlich gar keine, ja, genau per Definition Aktien sind, sondern Zertifikate. Und deswegen wollte ich mit Richard heute mal das Thema ADRs besprechen. Was ist das genau? Was sind die Vorteile? Was können aber auch Nachteile sein? Was muss man da wissen? Und ja, dafür habe ich dich eingeladen. Hallo. Ja, hallo. Also du hast recht, das Thema verwirrt ziemlich viele Anleger, weil häufig ist ja nicht nur so, dass es von einer Aktie ein ADR gibt, sondern es gibt häufig verschiedene, die auch einen unterschiedlichen Wert haben und das sind häufig Punkte, die Leute ziemlich stark verwirren und deswegen ist das Video wirklich nötig. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, das Thema ist noch relativ undurchsichtig. Es ist nicht so einfach zu erkennen. Aber die wichtigste, die einfachste Spiegelregel ist, du hast gerade verschiedene Aktien angesprochen. Ich habe als Beispiel mal die Gazprom aufgerufen. Wenn wir eine Aktie haben, die einen amerikanischen, einen russischen Heimatmarkt hat oder einen koreanischen Heimatmarkt und das Wertpapier, das wir uns anschauen, hat eine US-I-Sinn, spätestens dann, oder das ist der erste Punkt, wo wir sagen müssen, Moment mal, da scheint es mir nicht um die Originalaktie zu gehen, sondern um einen RDR in den meisten Fällen. Häufig, ich zeige jetzt gerade unsere Homepage, steht auch im Namen dahinter ADR, aber auch bei unserer Homepage gibt es ADRs, wo das nicht dahinter steht, weil es einfach in der Datenbank nicht richtig gepflegt wurde. Und gerade zu diesen Gazprom-Aktien, ich bin jetzt mal kurz bei Finanzen.net, da steht es zufälligerweise nicht dahinter, dass ein ADR ist, bei anderen steht es bei denen und bei uns nicht. Also da muss ich wirklich sagen, schaut euch bitte verschiedene Seiten an. Meistens ist es auch so, jetzt habe ich hier noch die Finanzen 100, hier steht es auch mit dabei. Sogar Sponsor steht mit dabei, ja. Genau, das ist auch der wichtigste Punkt, dass man weiß, was heißt das überhaupt, da gehen wir gleich drauf zu sprechen. Jetzt gucke ich nochmal nach, ob man auch sieht, in welchem Verhältnis, das zeige ich eine kleine andere Seite dazu, denn es gibt einen gewissen Grund, warum ich manchmal einen ADR sehe, der zehnmal so teuer ist als ein anderer. Aber es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie die Depotführenden Banken, bei denen das hinterlegt wird in Amerika, wie dieses Zertifikat ausgeben. Die können sagen, ich mache so ein Ding, das nur ein Zehntel der Aktie verbrieft, um es leichter handelbar zu machen. Andere können sagen, nee, das ist viel zu günstig. Ich mache das Zehnfache davon pro ADR, als es ein ADR zehn Aktien widerspiegelt. Und was ich euch dann ans Herz legen kann, den Link, postest du nachher mal bitte ganz kurz, ist diese Seite hier, über die man dann eben feststellen kann, um was dreht sich es denn überhaupt. Das einzige Problem ist jetzt hier, wir sehen hier Symbole und keine ISINs. Auf unserer Homepage sehen wir leider Symbole, die aber nicht mit den amerikanischen Symbolen identisch sind. Das sind andere Kürzel. Aber was wir uns haben, ist die ISIN. Die sehen wir hier. Und das Schöne ist, wir merken das da hinten, die 2078. Das Schöne ist, wir haben jetzt hier nur drei Werte. Ich weiß, um welchen es geht. Ich rufe den hier auf. Und in der Detailübersicht zu diesem ADR auf dieser Seite sehe ich auch die ISIN 2078. Und über das kann man das Ganze abgleichen und sagen, jawohl, den ADR, wenn ich auf einer Homepage, auf einer deutschen Seite sehe oder bei einer deutschen Börse, der spiegelt das hier wieder. Ich sehe auch hier, dass ein Verhältnis 1 zu 2 abgebildet wird. Ich sehe auch, dass es ein gesponsorter ADR ist. Das heißt, in dem Fall geht normalerweise Gazprom, also das Unternehmen, auf eine Bank zu, eine Depotbank und sagt, passt auf, Ich beauftrage euch damit, ein ADR auf meine Aktie aufzulegen, weil zum Beispiel Gazprom keine Lust hat, nach US-Gap zu bilanzieren, um ihre Aktie in Amerika listen zu lassen. Aber ein ADR können sie dort listen lassen. Und der nächste Punkt ist, bei vielen Renten- und Lebensversicherungskassen von USA, die haben häufig Vorgaben, dass sie nur in amerikanische Wertpapiere investieren dürfen. Selbst wenn die Gazprom jetzt eine Originalaktie in den USA listen würde, wäre es keine amerikanische Aktie. Diese ADRs werden als amerikanische Wertpapiere angesehen. Das ist der große Vorteil für die amerikanischen Investoren. Und der Vorteil für uns ist, die ADRs unterliegen dann den amerikanischen Regulierungsbehörden. Das heißt, Veröffentlichungen von Nachrichten müssen dort gemacht werden, die Stimmrechte müssen gepflegt werden, Dividenden müssen gezahlt werden. Wir haben nicht die Rechte von irgendeinem anderen Land, die dann ursprünglich das Ganze herantreiben, sondern die amerikanischen Rechte. Und das ist der Vorteil für uns als Investoren dazu. Und so wie ich das gelesen habe, ist es ja auch so, dass diese Depository-Bank in den USA die ursprünglichen Aktien selbst auch verwahren muss, oder? Die ich jetzt zum Beispiel als ADR kaufe. So wäre dieses ganze Thema Sondervermögen und so weiter ist ja auch nur dann wichtig. Genau, es ist ein gesperrtes Depot. Du hast gerade vor Zertifikat gesagt, ist an sich richtig. Aber nicht verwechseln mit einem verbrieften Derivat am Zertifikat, wo immer noch das Ausfallrisiko der Bank dahinter hängt. Sondern hier ist das wirklich gesperrte, nicht in der Bilanz der Bank auftretende Wertpapiere. Und dementsprechend hat man zumindest bei Sponsored-RDRs eben nicht das Risiko, wenn die Bank ausfällt, zu den Aktien wechseln. Die sind immer noch vorhanden. Und deswegen also ein Großteil, fast alle sind gesponsorte RDRs. Bei nicht gesponsorten, da ist die Lage ein bisschen anders. Da konnte ich mich gar nicht so richtig drüber informieren, weil davon gibt es relativ wenige. Aber theoretisch können auch ungesponsorte entstehen. Das heißt, dass eine Bank selber sagt, ich will jetzt die Aktie an irgendeinem Markt herausgeben, ohne dass mich eine Gesellschaft dazu auffordert. Wichtig ist auch, so eine RDR-Hinterlegung, so ein Programm kostet natürlich Geld. Das heißt, häufig ist es so, dass Unternehmen, bei der Gazprom zum Beispiel, das im Großen und Ganzen bezahlt, damit eine Bank und die Depotbank das auch machen. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel in den Bedingungen drinsteht, ja, und bei der Dividende bleiben 0,05 Prozent bei der herausgebenden Bank hängen als Gebühr dafür. Das kann auch sein. Problem ist nur, das kann man sehr, sehr schwer einsehen. Und selbst über die Seite habe ich jetzt keine richtige Möglichkeit gefunden, wo ich feststellen kann, ist es so, ja oder nein. Da ist man also meistens ziemlich im Trüben ein bisschen und kann da relativ wenig erkennen, ob das bei einem RDR der Fall ist oder nicht. Also ich habe es nicht herausfinden können und das ist wirklich die beste Seite, die ich auftun konnte. Da sieht man zumindest mal, welche Bank das Ganze hinterlegt, aber mehr, ob es da wirklich einen finanziellen Anreiz für die gibt, sieht man da drin leider nicht. Das kann man nicht ersehen. Gut, schlussendlich zahlt man als Aktionär des Unternehmens das dann sowieso. Wenn das Unternehmen das zahlt, habe ich halt weniger Gewinn. Richtig, auch wieder wahr, richtig. Wenn man das Ganze übernimmt, dann fließt es halt da hinten weg, das ist auch wieder wahr. Also irgendwo fließt es ab. Aber der Vorteil ist einfach, dass man so Wertpapiere investieren kann in einem relativ gut regulierten Markt, die sonst recht schwer handhabbar sind. Er setzt das Risiko, dass man aber durchaus bewusst sein muss, ein RDR-Programm kann auch eingestellt werden. Das heißt also, wenn die Bank sagt, oder die Gesellschaft, liebe Bank, das machen wir jetzt nicht mehr, Aktien bitte zurück, das Ganze einstellen, dann gibt im Normalfall die Bank, das bekannt, die depotführende Bank, also nicht eure depotführende Bank, sondern die Bank, bei der die Aktien hinterlegt sind, diese Depotbank gibt es bekannt. Die Depository Bank, ja. Genau, richtig. Und die sollten es dann hoffentlich irgendwie die Information bis zu eurer Bank schaffen, damit ihr das auch mitbekommt. Wenn wir es als Börse mitbekommen, dass da ein RDR-Programm eingestellt wird, dann gehen wir dazu über, bereits eine Bekanntmachung zu veröffentlichen und sagen, an dem Tag wird das Wertpapier bei uns delistet, dann könnte es bei uns nicht mehr handeln. Und man sollte ganz klar dann bei solchen Informationen darauf achten, dass wenn man die Information bekommt, sich von der Aktie rechtzeitig trennt, weil wenn die Wertpapiere nicht mehr in dem Depot liegen, hat man manchmal ein bisschen Scherereien, da irgendwo wieder ranzukommen. Also deswegen bei RDRs muss man nicht nur die Aktie selber im Blick haben, sondern auch muss hinterlegen oder schauen, was passiert denn, wenn diese RDRs, dieses Programm eingestellt wird. Ist jetzt nicht häufig der Fall, aber ist so ein kleines Restrisiko, das man eben bei der Aktie selber nicht hat, hier aber durchaus zum Schlagen kommen kann. Wenn es aber eine große Depotbank ist, die das verwahrt, dann ist das eigentlich relativ problemlos. Man kriegt das mit und hat dann vier Wochen Zeit zu reagieren und die Wertpapiere zu verkaufen. Und im Zweifel halt, wenn man halt die Option hat, die echte Aktie zu kaufen, kauft man wahrscheinlich eher die, aber es gibt ja einfach manche, da gibt es nur die ADR-Form für die Investoren. Und was natürlich ganz, ganz sinnfrei ist, es gab früher RDRs auf deutsche Aktien, damit die in den USA besser gehandelt werden konnten. Und wer dann natürlich für eine deutsche Aktien ein RDR gekauft hat, anstatt die deutsche Aktie, die eigentlich bei uns gehandelt ist, das würde ich nicht persönlich machen. Ich darf jetzt wenig beraten oder empfehlen, aber ich glaube, das ist logisch, dass ich dann lieber das Original kaufe und nicht ein Zertifikat, das in den USA gelistet werden muss, damit es wir in Deutschland... Ist Blödsinnig. Also deshalb muss man schon darauf achten, bin ich auch der Meinung nach Möglichkeit, wenn man rankommt, wenn der Markt liquide ist, wenn die Regulatoren gut sind, die Original zu kaufen. Ansonsten muss ein RDR nicht unbedingt negativ sein, man muss einfach verstehen, was habe ich da und warum sind die Preise vom RDR oft unterschiedlich zur eigentlichen Aktie. Also nur mal auf die Seite nochmal zu gehen, dann sieht man schon, allein für die Gazprom, du hast das Ding zu klicken, hier haben wir es, haben wir einen, der ist 1 zu 5, einer ist 1 zu 2 und einer ist 1 zu 10. Das heißt, wir haben verschiedene Verhältnisse und dementsprechend muss ich wissen, ich darf nicht sagen, die Gazprom ist total günstig, die kaufe ich jetzt oder die ist total teuer, mache ich nicht. Ist immer das Gleiche, die verbriefen halt nur eine andere Anzahl und das muss man halt wissen. Und du lachst darüber, wenn man mit dem nicht bewusst ist, dann kann man da relativ leicht mal vielleicht einen Trugschlüssel legen und das sollte man auf jeden Fall wissen, welches Verhältnis haben die denn und dann kann man es auch richtig einschätzen. Ja, das ist sehr gut, dass du das sagst, weil es gibt immer wieder die Fragen, warum hat Aktie X einen anderen Preis als Aktie Y beziehungsweise Aktie A einen anderen Preis als Aktie B. Also das gibt dann zum Beispiel, weil es andere Arten von Aktien sind, mit Stimmrecht, ohne Stimmrecht, Vorzüge, Stammakte, einmal diesen Punkt, aber jetzt gibt es eben auch noch diesen Punkt. Es ist ja manchmal so, man gibt irgendwie bei der Börse Stuttgart auf der Website oder bei irgendeinem Broker den Namen der Aktiengesellschaft ein und dann kommen erst mal drei oder vier verschiedene Produkte. Und wenn man jetzt weiß, ah, da sind ADRs mit unterschiedlichen Preisen, dann könnt ihr eben auf dieser Seite DR Directory nachschauen und gucken, wie ist dann dieses Verhältnis. Und dann ist es halt schlussendlich euch selbst überlassen, vielleicht für einen Sparplan einfach eine Sache, dass ich sage, wenn die Sparplan fähig sind, dass ich irgendwie natürlich dann bei einer geringen Sparplanquote natürlich das Bezugsverhältnis nehme, was halt die Handelbarkeit ermöglicht. Das ist leichter noch, genau richtig. Wenn man halt direkt in Aktien kaufen muss, den Sparplan, häufig kann man über Sparplänen ja auch Bruchteile handeln beim Banken, das geht ja auch manchmal. Weiß ich gar nicht, ob über Sparplänen die ADRs mit drin sind? Habe ich mir auch noch nicht angeschaut, weil ich gehört. Müsste man mal gleich noch tun. Vielleicht im Nachtrag, vielleicht noch ranhängen, ich wüsste es nicht, aber ich denke, das ist jetzt ein relativ kurzes Video, aber wichtig ist, dass man, wenn man auf ADRs stößt, deswegen nicht erschrecken muss, man muss halt nur wissen, wie soll ich, was habe ich da, wo sind die Unterschiede zu einer Aktie, wie sind die Unterschiede von einem ADR vielleicht zum nächsten aufgestellt und jetzt weiß man auch, warum das das Ganze gemacht wird, wie gesagt, damit die Produkte, die nicht amerikanische Titel sind, von amerikanischen Renten- und Lebensversicherung besser handelbar sind und dass die Unternehmen, die gerne am amerikanischen Markt handelbar sein möchten, sich aber nicht nach amerikanischen Finanzierungsgesetzen halten müssen, sondern das Ganze weiterhin betreiben können, wie sie es bisher auch machen. Also der Aufwand für so Unternehmen wird dadurch auch geringer bleiben. Jetzt stand bei Wikipedia noch über ADRs, dass irgendwie der Inhaber das Recht hat, bei der Depository Bank die ursprünglichen Aktien anzufordern, dass die dann übertragen werden müssen. Weißt du dazu was? Nein, wüsste ich nicht, aber ich sage nur mal eins, da hast du vielleicht ein Problem, wenn du die Aktien, also einmal ein Übertrag kostet Geld, und wenn du dann Aktien übertragen bekommst, die deine Bank dir nicht handelbar machen kann, weil sie keine Geschäftsbeziehung zu der Heimatbörse hat, was machst du dann, wenn du eine russische Aktie hast, aber deine Bank gibt dir keine Möglichkeit, an russischen Börsen zu handeln? Dann ist es vielleicht möglich, dass es geht, aber weil es einfach theoretisch relativ unlogisch und unnütz ist, habe ich darüber gar nicht groß Gedanken gemacht, weil wenn meine Bank mir die Möglichkeit gibt, dass ich die Originalaktie an der Heimatmarktbörse handeln könnte, könnte ich das vielleicht tun. Wenn ich mir aber über ein ADR die Aktien ausliefern lasse, die habe ich dann im Depot vielleicht, für teuer Geld, die Umbuchung kostet Geld, wenn ich damit aber nicht die ursprüngliche Heimatbörse in Seoul oder in Moskau nicht erreichen kann, dann bringen wir die Aktien auch recht wenig. Aber ja, ich habe sicherlich einen Herausgeberanspruch, das kann durchaus sein. Dann knallst du die ins Wallet. Ja, super, wenn es mal so weit kommt, schauen wir mal, was daraus wird. Ja, da arbeitet ja, Frank Thelen arbeitet ja ran, hat er gesagt, im Podcast, ja. Willkommen, wir auch. Er kann es nicht verstehen, er kann es nicht verstehen, dass Equity an Börsen gehandelt wird, hat er gesagt. Ja, ist aber regulatorisch sind wir noch lange nicht so weit, wie wir technisch wären, aber jetzt sind wir wieder beim Thema ICOs zum Beispiel. Vielleicht, wenn wir in ein paar Jahren da wenige Probleme haben, das stand jetzt, muss man immer gucken, wo ist meine Aktie verwahrt und hat man eine jetzige Bank, Geschäftsbeziehung zu einer Börse irgendwo im Ausland und kann die dorthin schicken. Also man muss sich vorstellen, wie halt verschiedene Wanderwege und wenn man halt keine Strecke von A nach B findet, dann kommt das Ding halt dort nicht an. Ja, ne. Und dann macht es keinen Sinn, sich das ausliefern zu lassen. Zumal, ja, und dann zumal wahrscheinlich es auch einiges kosten wird, kann ich mir vorstellen. Genau, richtig, allein schon die Auslieferung von USA zu uns hierher, das ist ja schon relativ teuer. Genau, und dann sitze ich ja auf einer Aktie, die ich nicht handeln kann, das macht dann auch wenig Sinn. Okay, ja, dann haben wir mal so ein paar wichtige Punkte zu ADRs zusammengefasst. Ihr wisst nun, es sind keine echten Aktien, aber trotzdem habt ihr jetzt nicht das Risiko wie bei einem verbrieften Zertifikat, wo dann irgendwie der Emittent ausfallen kann und so weiter. Und von daher, ja, handelbar, funktioniert. Informiert euch und bildet euch weiter und bis zum nächsten Mal. Rationale Grüße.